Mein Name ist Dirk Riechelmann, Architekt und Stadtplaner. Gute Planung heißt, die Vorschriften auch zu verstehen. Das ist nicht immer ganz leicht. Architekten sind Augenmenschen. Unsere Verordnungen und Gesetze sind hochkomplex. Deshalb ist es klasse, sie in Bildern übersetzt zu bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Arndt Köster. Ich bin selbstständiger Fliesenlegermeister aus Essen. Als Unternehmer musst du heute auf alles gefasst sein. Jede Minute ändern sich Themen, Kunden, Baustellen, Mitarbeiter. Alle paar Minuten ist was anderes. Die Kosten muss ich im Griff haben für meinen Betrieb und für meine Mitarbeiter. Ich heiße Selfet Jaxi. Ich bin Dachdeckermeister. Bin selbstständig. Ja, die Kunden haben hohe Ansprüche. Man muss versuchen, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Neue Vorschriften fordern neue Techniken. Dachdeckermeister 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 Dachdeck. Fikir. Untertitelung. BR 2018 Mein Name ist Walter Fehr. Ich bin Obermeister der Metallinnerung Hof Geismar-Wolfhagen. Ich erwarte hier Fachinformationen aus erster Hand. Wir sind sehr hochkarätige Referenten vor Ort. Ich freue mich auch auf Gespräche mit Kollegen zu einem Erfahrungsaustausch. Wir sind sehr hochkarätige Referenten vor Ort. Wir sind sehr hochkarätige Referenten vor Ort. Untertitelung des ZDF, 2020